hey mercedes guten morgen und danke fürs wecken guten morgen es ist 8 uhr 15 momentan sind draußen 17 grad ich wünsche dir einen guten start in den tag hey mercedes baust du bitte die sitzen zurück sehr gerne hey mercedes ich möchte mich entspannen ok hey mercedes fragt die küche wie der status ist es befinden sich noch 75 prozent frischwasser in deinem tank und der kühlschrank ist wie gewünscht auf stufe 3 eingestellt hey mercedes ich möchte fahrrad fahren gehen ok morgen testen wir draußen und und Untertitelung des ZDF, 2020